Hallo liebe Freunde, hier ist Eimel Staudt mit einem Align Machine Update Video zur Version 1.3.0. Es gibt ein paar schöne kleine Verbesserungen, die aber sehr fein sind und eine neue oder einige neue coole Funktionen, die sich mit dem Skalieren von Ebenen beschäftigen. Aber erst schauen wir uns mal an, wie man denn eigentlich so ein Produkt in meinem Shop updatet, weil diese Fragen immer mal wieder auftauchen. Ich gehe mal hier in meinen Browser und ihr sucht euch einfach irgendeines meiner Videos. Also vielleicht eins, was jetzt nicht irgendwie sieben Jahre alt ist, es kann sein, dass es da den Link noch nicht gibt im Beschreibungstext, sondern eins, was so ein bisschen neuer ist. Dann klickt ihr hier einfach auf mehr ansehen, scrollt ein bisschen runter und hier unten gibt es immer diese Zeilen hier und die erste Zeile ist Shop Armin Staudt. Dann kommt ihr in meinen Shop und wenn ihr bei mir schon mal was gekauft habt, dann habt ihr auch ein Konto und dieses Konto findet hier oben unter diesem blauen Männchen. Dann geht ihr auf mein Konto, dann seht ihr alle Links hier oben, wo ihr schon mal bei diesem Shop System was gekauft habt. Dann klickt ihr hier einfach auf Armin Staudt. Dann auf eins der Produkte, das ihr gekauft habt und jetzt könnt ihr die aktuelle Version herunterladen. Das ist natürlich noch nicht die aktuelle Version, weil ich ja das Manual gerade erst aufnehme. Erst wenn das Manual hochgeladen ist und scharf geschaltet ist, dann ändere ich auch das Produkt, sodass es alles zeitgleich da ist. Dann könnt ihr es hier herunterladen und soweit ich das verstehe, selbst wenn ich diesen Shop mal nicht mehr betreiben sollte, kommt ihr trotzdem immer noch an die Produkte heran, die ihr damals dann mal gekauft habt. Das heißt, das ist auch zukunftssicher. Gut, dann gehen wir jetzt mal ins Manual über hier in Photoshop. Ich habe mir hier mal diese kleine Liste rauskopiert. Wir fangen natürlich nicht mit der schönsten Sache hier oben an, mit dem Skalieren, sondern wir fangen jetzt mit den kleinen Verbesserungen an. Und zwar kann sich das Panel jetzt merken, wenn ihr mehrere Dokumente geöffnet habt, wo welcher Anker gesetzt ist. Ich zeige es euch. Wir gehen mal hier in dieses eine Dokument, das habe ich dupliziert, hier in dieses Dokument. Oh, das sieht ja völlig chaotisch aus. Machen wir das mal ein bisschen ordentlicher. Und jetzt habe ich zum Beispiel in diesem einen Dokument, habe ich die 2 als Anker hier gesetzt. Das heißt, dass alle anderen Ebenen sich jetzt nach der Ebene 2 richten, weil die Ebenen Anker hat. Und hier habe ich jetzt die 1 mit einem Anker versehen. Hier, da ist die 1. Anker. Und in der alten Version war es so, dass wenn du das Dokument gewechselt hast, ehrlich gesagt weiß ich das nicht, ob der Anker dann gelöscht war oder ob da immer noch eine 1 stand. Ich glaube, dann wäre es ja ein Bug gewesen. Ich glaube, der war einfach gelöscht. Jetzt ist es so, dass sich die Alignmaschine jetzt den Anker merkt. Also hier ist es die Ebene 2 und hier ist es die Ebene 1. Und wenn ich jetzt den Anker mit einem Altklick wechsle auf 3, dann ist es hier immer noch 2 und hier ist es 3. Okay, also Anker werden ab jetzt quasi nachgehalten. Vor allen Operationen wird geprüft, ob eine beteiligte Ebene Gruppe gesperrt ist, ein Schlosssymbol hat. Und zwar spielt es auch keine Rolle, was das für eine Sperrung ist. Also wenn ich jetzt die 2, warte mal, haben wir jetzt, wenn ich jetzt die 2 sperre und zwar egal, was das hier ist, da das jetzt hier kein Pixelbild ist, sondern ein Vektor, kann ich jetzt hier oben so Transparenz oder Pixel oder sowas nicht anklicken. Aber es ist eigentlich egal, was ihr hier oben anklickt. Ich habe es ausprobiert. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sowas hier nehme. Wenn hier ein Schloss ist, egal was das für ein Schloss ist und ich möchte jetzt diese Ebene verschieben oder verarbeiten, dann geht das nicht. Dann kommt ein Fehlertext, also der Befehl kann nicht verarbeitet werden. Mindestens eine der betroffenen Ebenen ist gesperrt und das gilt dann eben auch dafür, wenn ich mehrere Ebenen markiert habe und eine davon ist gesperrt, dann kann ich hier nichts mit der Alleinmaschine machen. Es kommt eine Fehlermeldung, was ja auch sinnvoll ist, weil wenn eine Ebene gesperrt ist, dann kann ich sie natürlich nicht verschieben oder andersweitig verarbeiten. Okay, gut, dann kommen wir zu Hilfetexte wurden erweitert. Das war eine Sache, die war mir sehr wichtig, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da ich nicht jeden Tag mit der Alleinmaschine arbeite oder beziehungsweise selbst wenn ich jeden Tag mit der Alleinmaschine arbeite, sind das meistens so Kleinigkeiten, wo ich mir nicht großen Kopf machen muss. Wenn es jetzt aber darum geht, was macht denn eigentlich beim Verteilen die Shift-Taste oder sonst irgendwelche Sachen oder was macht das, wenn hier jeweils eine 1 drin steht oder sowas. Es gibt ja hier viele kleine Sonderfunktionen, die ihr natürlich alle in unserem Alma nachfindet. Das heißt, das ist eine ausgegliederte PDF-Datei mit einer Seite, wo alle Sondertasten drin stehen und es steht natürlich auch nochmal im detaillierten, auch abgedateten PDF-Manuel, was ihr natürlich mit runtergeladen habt. Aber wer hat denn Lust, wenn man so Tools verwendet, jedes Mal ins Handbuch zu gucken? Ich auf jeden Fall nicht, ich habe da keine Lust zu. Und wenn ihr jetzt hier über irgendeines der Elemente geht, dann findet ihr auf jeden Fall immer alle Sondertasten auch drin. Also jetzt zum Beispiel beim Verteilen steht da, Ebenen horizontal verteilen. Die Alt-Taste, die kehrt den Abstand um, also das Vorzeichen. Das heißt, wenn ich sonst normalerweise nach rechts verteile, würde ich dann nach links verteilen, wenn das möglich ist. Und die Shift-Taste verteilt dann im Dokument oder in einer Auswahl. So was zum Beispiel. Also, das heißt, dass jetzt die Align-Maschinen mit ihren kleinen Tool-Tipps hier quasi das Handbuch mitbringt. Das heißt, ihr braucht da nicht mehr so oft reinzugucken, das auswendig zu lernen, weil wenn ihr mal was vergessen habt, dann findet ihr das in der Regel im Tool-Tip. Kommen wir zum nächsten Feature. Ich hole mal das Fensterchen hier rüber. Da steht drin, verteilen innerhalb einer Auswahl erzeugt keinen Randabstand. Das versteht man nur dann, wenn man sich mit der Verteilen-Funktion schon mal auseinandergesetzt hat und weiß, dass es da ja auch Sondertasten gibt. Zum Beispiel die Shift-Taste. Also schauen wir uns das mal an. Schauen wir uns mal den Tool-Tip hier an von Verteilen. Wir haben das hier einmal horizontal, einmal vertikal. Und da steht dasselbe drin unten. Shift-Doppelpunkt in Dokument oder Auswahl verteilen. Okay, so dann machen wir das mal. Ich nehme ja diese vier Ebenen hier und verteile die horizontal mit der Shift-Taste. Und zwar, jetzt ist ganz wichtig, was ihr hier oben für eine Einstellung habt. Ist das von Kante zu Kante, dann werden die Abstände von der Kante einer Ebene zur nächsten Kante berechnet. Oder wenn ich hier draufklicke, ist es von der Mitte zur Mitte, dann wird von der Mitte einer Ebene bis zur nächsten Mitte der nächsten Ebene gerechnet. Wir machen erstmal Kante zu Kante, ich halte die Shift-Taste gedrückt und verteile über die Breite. Das heißt, dass jetzt die Abstände von der Kante der Arbeitsfläche zur ersten Ebene zur 1 ist derselbe Abstand wie von der rechten Kante der 1 zur linken der 2 und so weiter und so fort. Okay, eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Das heißt, dass wir jetzt einfach Ebenen gleichmäßig über eine Arbeitsfläche verteilen können, was eine sehr, sehr nützliche Funktion ist, um zum Beispiel mit einem Layout schon mal erstmal anzufangen, um so ein bisschen Ordnung reinzubringen. So, jetzt machen wir mal von Mitte zu Mitte, also mit der Shift-Taste von Mitte zu Mitte und jetzt ist das nicht so unbedingt klar, was hier passiert. Vielleicht, wenn ich mal hier mit Hilflinien arbeite, also wir nehmen jetzt mal so ungefähr die Mitte von der 1 und ungefähr die Mitte von der 2. Das muss jetzt nicht so exakt sein. Und das ist jetzt der Abstand von der Mitte der 1 zur Mitte der 2 und dieser Abstand, den findet ihr dann auch hier zum Rand. Das heißt, das sieht erstmal so aus, als wäre das nicht symmetrisch, als würden diese Abstände hier kleiner sein, sind sie natürlich auch, aber wir rechnen ja jetzt von Mitte zu Mitte und da sind die Abstände jetzt wieder gleich. Also wenn ich jetzt hier überall Hilflinien hinsetzen würde, würden die alle ganz exakt so sitzen, dass die Abstände von Mitte zu Mitte gleich sind. Aber hier ist es eben vom Rand bis zum Rand der 1, das ist der Abstand, der gleiche Abstand wie von der Mitte der 1 zur 2. Okay, also das ist vielleicht eine Funktion, die man nicht so häufig braucht, vielleicht wenn man so asymmetrische Objekte hat, aber normalerweise würde ich das von Kante zu Kante verwenden. Gut, dann machen wir mal das Linear wieder weg und die Hilfslinien und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an, wie das aussieht, wenn wir eine Auswahl haben. Das heißt, mit Befehl und A wähle ich jetzt mal das ganze Dokument aus, was ja auch ein sehr wichtiger Trick ist, weil in einem Photoshop-Dokument und auch der Line-Maschine ist die Auswahl das mächtigste Objekt, nach dem man sich richten kann. Das heißt, in der Hierarchie ist es immer ganz oben, das heißt, sobald ihr eine Auswahl habt, richtet sich die Line-Maschine nach der Auswahl und selbst wenn ihr einen Anker gesetzt habt, wird der Anker dadurch erstmal überschrieben. Okay, so, wenn ich jetzt mit der Shift-Taste über die Auswahl verteile, dann gibt es diese Randabstände nicht mehr. Das heißt, mit der Auswahl kann ich jetzt ganz anders arbeiten. Das ist ein sehr mächtiges Tool, das habe ich mir schon sehr lange gewünscht. Man macht das natürlich nicht immer unbedingt über die ganze Arbeitsfläche, sondern ich kann jetzt einfach ad hoc irgendwo im Dokument zum Beispiel mit einer Auswahl etwas abmessen. Ich kann sogar Luminanz-Maske nehmen, das ist völlig egal. Ich kann alles, was irgendwie Auswahl ist, kann ich nehmen und sobald ich eine Auswahl habe, dann hat die auch eine Bounding-Box. Das heißt, wenn ich jetzt eine unregelmäßige Auswahl nehme, sowas hier, dann hat die eine Bounding-Box an den Kanten der Auswahl. Das kann man dann sehen, wenn man hier auf Auswahl geht, Auswahl transformieren, das Blaue hier, das ist die Bounding-Box und danach wird dann ausgerichtet. Das heißt, wenn ich jetzt die vier kleinen Ebenen hier mit der Shift-Taste vertikal, horizontal verteile, dann sitzen die genau auf der Bounding-Box von der Auswahl. Seht ihr? So, und zwar ohne Randabstand. Damit könnt ihr also ad hoc sehr schnell mit irgendeiner Art von Auswahl, egal wie ihr die generiert, könnt ihr eure Ebenen ausrichten. Aber jetzt seht ihr ja schon eine Geschichte. Diese Ebenen bleiben auf ihrer Achse. Das heißt, sie wandern jetzt nicht nach oben in die Auswahl hinein. Das ist auch ein wichtiges Feature, weil ihr stellt euch vor, ihr habt jetzt oben in eurem Layout ein Element, nach dem ihr euch ausrichten wollt. Ihr macht davon eine Auswahl. Das kann man ja mit allen möglichen Mitteln machen. Wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Datei hier habe, kann ich einfach mit einem Befehls-Klick auf so eine Ebene mir eine Auswahl holen und danach dann andere Ebenen ausrichten. Nur mal so als Beispiel. Okay, das ist halt oben, aber das, was ich ausrichten will, ist ganz unten im Dokument. Das soll da auch bleiben. Und dann kann ich das, sagen wir mal, in der Horizontalen, nach einem Element, was ganz woanders sitzt, ausrichten. Okay? Ganz wichtiges Feature, wie ich finde. Habe ich mir ja lange gewünscht und bin sehr froh darüber, dass es das jetzt gibt. Eine wichtige Sache muss man dabei beachten. Wenn meine Auswahl kleiner ist als die Summe meiner Ebenen, also diese Auswahl ist jetzt nicht so breit wie diese Ebenen, wenn ich sie aufreihe, dann passen die da natürlich nicht mehr rein. Dann kann ich die nicht verteilen. Das heißt, wenn ich jetzt mit der Shift-Taste horizontal verteile, dann bekomme ich eine Fehlermeldung. Dasselbe würde auch für senkrecht gelten, weil hier die Elemente nicht reinpassen. Das heißt, die Auswahl muss also groß genug sein, dass die Elemente, die ich daran verteilen will, auch da reinpassen. Sonst geht es halt nicht. So, kommen wir zum letzten Punkt, und zwar dem Skalieren. Das Skalieren findet ihr hier unten in der Zeile. Das hat eine eigene Zeile bekommen, weil es ist eine wichtige und sehr mächtige Funktion. Ich habe jetzt aber keine Lust mehr auf diese Zahlen hier. Ich hole mir einfach mal hier ein paar Bilder, irgendwelche beliebigen Bilder vom Schreibtisch hier nach Photoshop rüber. So, ich mache die mal aus hier und das hier bringe ich mal nach unten, weil das ist jetzt das Bild, nach dem ich mich richten möchte. Und das bringe ich jetzt erstmal Pi mal Daumen irgendwie auf irgendeine Größe, wo ich sage, das könnte jetzt hier in mein Layout reinpassen. Okay, so, jetzt haben wir die anderen beiden Bilder noch. Das machen wir erstmal aus, gehen wir erstmal von dem aus. Und wenn ich jetzt der Align-Maschine sagen möchte, skaliere mir doch eine Ebene auf die Größe der anderen, dann muss ich der Align-Maschine natürlich sagen, welche Ebene das ist. Das heißt, ich muss die Ebene, die jetzt mein Ausgangspunkt ist, als Anker hier oben definieren. Und dann weiß die Align-Maschine, wo es lang geht. Okay, so, das nächste ist, dass ich natürlich dann die Ebene markieren muss, die ich skalieren will. Und hier unten habe ich jetzt verschiedene Möglichkeiten. Dieser Knopf hier sagt, dass ich das Seitenverhältnis beibehalte. Also, es wird proportional skaliert, was natürlich die Regel ist, wenn man jetzt mit richtigen Bildern arbeitet und nicht mit abstrakten Formen. Und wenn ihr draufklickt, dann könnt ihr das frei editieren. Ganz wichtig ist dieses Koordinatenkreuz. Ich werde jetzt erstmal diese Ebene hier an die Kante unseres Ankers bringen, damit die sich nicht die ganze Zeit überdecken. Und jetzt sage ich mal von diesem Punkt aus, also von diesem Punkt aus hier, skalieren wir das doch mal auf die Höhe. So, schaut, mit einem Mausklick. Was müsst ihr denn normalerweise tun? Normalerweise müsstet ihr hier die Ankerebene markieren, hier oben reingucken. Ah, guck mal, die ist 622 Pixel. Dann klickt ihr die Ebene an, die ihr verändern wollt. Geht in den Transformationsdialog. Habt das schon wieder vergessen, welches Maß das war. Schließt den wieder. Merkt euch 622. Geht in den Transformationsdialog. Und tragt dann bei Höhe 622 ein, wobei ihr dann auch noch auf die Kette klicken müsst, damit es proportional skaliert wird. Und dann ist es fertig. Eine ziemlich nervige Geschichte, weil man mit vielen Elementen zu tun hat und sehr viel rumprobiert. Jetzt könnt ihr mit der Alignmaschine sehr schnell rumprobieren. Ich kann das auch sofort auf die gewünschte Breite bringen. Jetzt seht ihr schon, was proportional ausmacht. Wenn ich es jetzt auf die Breite bringe, dann wird es natürlich wieder höher, oder? Ist ja logisch. Wenn man da mal kurz drüber nachdenkt, dann wird es sofort einsichtig. Was nicht ganz so einsichtig ist, ist, wenn ich den Drittknopf benutze. Hier werden nämlich dann beide Achsen skaliert. Und zwar, was ist jetzt bei der Alignmaschine immer die Grundlage? Die Grundlage ist die Boundingbox meines Ankers, beziehungsweise meiner Auswahl. Zu der Auswahl kommen wir später auch noch. So, wir haben jetzt hier eine Boundingbox und die hat eine bestimmte Größe, nämlich 622 mal 622. Und wenn ich jetzt diese Ebene mit beiden Achsen, also horizontal und vertikal, dort rein skalieren will, dann geht das natürlich auf die Höhe. Weil es nimmt die längste Kante und tut dann proportional die längste Kante in die Ankergröße hinein. Sobald ich jetzt also auf nicht proportional gehe und sage jetzt zum Beispiel hier Breite, dann ist natürlich das Bild verzerrt. Allerdings habe ich jetzt auch ein perfektes Quadrat mit einer Seitenlänge von 622. Das ist aber nicht unbedingt das, was ich will. Das Ganze können wir uns jetzt auch nochmal mit einem Querformat anschauen. Und ich reihe das erstmal auf an unseren Anker und dann bringe ich das auf die Höhe. Und was habe ich jetzt falsch gemacht? Ich habe hier nicht auf proportional geklickt und deswegen habe ich jetzt hier eine sehr schön verzerrte Ebene bekommen. Ich mache das Ganze mal rückgängig. Jetzt habe ich hier auf proportional geklickt. Von links aus wird skaliert. Ich bringe das mal auf die Breite und dann seht ihr, da es ein Querformat ist, hat es jetzt die Breite von dem Quadrat und ist dafür aber dann auch niedriger, als das Quadrat hoch ist. Und wenn ich jetzt beide Seiten nehme, dann passiert gar nichts, weil es ist ja schon mit seiner kürzesten Seite, mit seiner langen, längsten Seite ist es ja schon in dem Anker quasi drin. So, jetzt kommen wir zu einer weiteren sehr, sehr mächtigen Funktion, weil es ist ja nicht immer so, dass ich zwei Ebenen habe. Vielleicht habe ich ja nur eine Ebene, diese hier. Und ich habe aber andere Elemente in dem Bild, die ich zum Beispiel ausmessen könnte. Wie misst man was aus? Mit einer Auswahl. Ich könnte also das Objekt, Auswahlwerkzeug nehmen, irgendein Porträt damit oder irgendein Objekt, einen Teller oder was weiß ich, irgendwie zu einer Auswahl machen. Und könnte dann meine Ebene nach dieser Auswahl skalieren. Das heißt, es ist völlig egal, was das für eine Art von Auswahl ist. Wenn ihr irgendwas Chromes nehmt, sowas hier, dann hat die Auswahl eine Boundingbox. Auswahl, transformieren. Die Auswahl hat eine Boundingbox. Und die Auswahl kann ich nicht als Anker definieren, aber sobald eine Auswahl im Dokument existiert, ist sie natürlich das mächtigste Element. Es ist immer so, Auswahl, Anker, unterste Ebene. Also das wäre die unterste Ebene, die wäre halt mächtiger als die oberen. Also entweder habe ich eine Auswahl, dann richtet sich die Alleinmaschine nach der Auswahl. Oder ich habe einen Anker, dann richtet sie sich nach dem Anker. Und wenn ich gar nichts habe, richtet sie sich nach der untersten Ebene. Okay, dann skalieren wir mal das auf die Höhe. So, und jetzt sieht man das natürlich nicht so wunderbar. Das heißt, ich bringe das mal hier in die Mitte von der Auswahl. Und wenn ich jetzt nochmal auf Auswahl transformieren gehe, dann seht ihr, dass jetzt die Höhe von unserem Bild genau der Höhe von unserer Boundingbox entspricht. Also man kann einfach irgendwo ad hoc eine Auswahl bilden und sagen, okay, jetzt machen wir doch mal das Bild so hoch, wie diese Auswahl ist. Es ist natürlich jetzt nicht ausgerichtet danach, sondern es wird einfach gemäß dieses Koordinatenkreuzes, wird es dann skaliert. Also standardmäßig sollte man das vielleicht in der Mitte haben. Kann es auch auf die Breite bringen, so, oder auf die Höhe. Das heißt aber nicht, dass das dann in die Auswahl hinein verschoben wird. Das muss ich dann in einem zweiten Schritt machen, wenn ich das denn möchte. Aber es kann ja auch sein, dass oben im Dokument irgendwo ein Element ist. Da mache ich eine Auswahl von und dann kann ich unten etwas danach ausrichten, ohne das irgendwie verschieben zu müssen, ohne irgendwelche Hilfslinien zu brauchen. Auch eine sehr mächtige Funktion, die ich ziemlich cool finde. Okay, machen wir es nicht so lange. Probiert einfach rum mit dem Update. Ich habe euch ja gezeigt, wie man da dran kommt. Sonst ladet euch das runter, probiert es aus und schreibt mir da mal in die Kommentare, ob euch die neuen Funktionen gefallen. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, euer Armin Staut.